Kaspar Rudolf Karl Friedrich von Langen war ein preußischer Generalmajor und Chef des Infanterieregiments Nummer 17. Leben. Seine Eltern waren der kursechsische Generalleutnant Gottlob Erdmann von Langen und dessen Ehefrau Johanna Christiane von Wallersdorf. Langen wurde 1751 zunächst sächsischer Kadett und am 24. Januar 1754 Fähnrich im Regiment der Königin. Am 18. Oktober 1756 kam er als Seconderleutnant in das Infanterieregiment Moritz-Anhalt-Dessau Nummer 22. Während des restlichen Siebenjährigen Krieges kämpfte er in den Schlachten von Kollen, Zorndorf und Thurgau, bei den Belagerungen von Prag, Wittenberg und Dresden sowie in den Gefechten von Strehen, Berlin und Leutmannsdorf. Er wurde am 22. Oktober 1757 Premierleutnant, am 4. April 1762 Stabskapitän und am 23. Mai 1763 Kapitän und Kompaniechef. Langen nahm 1778 am Bayerischen Erbfolgekrieg teil und wurde am 18. Oktober 1780 Major. Am 24. Juni 1788 wurde er schließlich zum Kommandeur des Infanterieregiments Nummer 22 ernannt und im Jahr darauf am 30. Mai zum Oberstleutnant befördert. Außerdem erhielt er am 4. Juni 1789 bei Revue in Stagat den Orden Purlimerit. Am 24. Mai 1791 wurde er oberst. 1794 nahm er am Feldzug in Polen teil und kämpfte dort bei Warschau und an der Rocka. Am 6. Juli 1795 wurde er Chef des Infanterieregiments Nummer 17 und am 1. Januar 1796 zum Generalmajor ernannt. Langen heiratete am 22. Oktober 1765 in Stagat Marianne Elisabeth Obterbeck, geschieden von Kaspar Otto von Wedel. Das Paar hatte folgende Kinder. Karl Friedrich Erdmann, Hauptmann Johann Christiane Hedwig Lemniskate 2. Oktober 1787 Karl Ernst von Albidyll, Hauptmann Auguste Sophie Eleonore Lemniskate 1. Oktober 1791 Benedikt Ludwig Ernst von Pritzelwitz, Hauptmann